Präzisionskrepp Sensitive 4333 Scharf zur Kante, sanft zur Wand. Das Geheimnis ist seine besonders sanfte Spezialklebemasse. Zusammen mit dem hauchdünnen, leicht durchsichtigen und stabilen Träger lässt es sich besonders einfach ganz exakt positionieren. Auch auf extrem sensiblen Untergründen. Zum Beispiel auf hochwertigen Tapeten lässt es sich ganz leicht anbringen und ebenso leicht wieder ablösen. Natürlich ohne den Untergrund zu beschädigen. Unsere schonendste Art, auf empfindlichen Materialien zu kleben.